Das ist mein Bett. Hier ist mein Arbeitszimmer und mein Wohnzimmer. Dann gibt es noch ein einfensteriger Raum, wo ganz viele Bücher stehen, aber auch laufend diese furchtbar entstehenden Stapel von Arbeitsvorgängen, wo du dann vielleicht oben drüber oder zwischendurch ein Blatt findest, im Oktober abstapeln, weißt du, solche Sachen. Du siehst, dass da sehr viele Vorgänge immer sind. Ich lese das, ich lese das, ich lese das, das wollte ich doch. Was, das liegt immer noch hier? Ich wollte doch dazu etwas schreiben und so weiter. Du kannst es nehmen, ich erlaube es dir. Da schlafe ich, ne? Da ich ja auch immer wieder schlaflos bin. Jede Nacht habe ich freie Arbeitszeiten. Nehme ich dann das und das und das. Dann gehe ich sogar mit einem Buch, da muss man das schon bestimmen, weil es verträgt nicht jedes Buch. Ich gehe damit in die Badewanne und lese da weiter. Ich habe nachts einen richtigen Teil Arbeitstag. Da könnte ich dir überall sagen, wo die herkommen, welche Beziehungen. Wir können uns unendlich darüber unterhalten. Ich habe immer gesagt, so ein Tier hat eine vielfältige Umgebung und das ist bei mir eine tierische Angelegenheit, auch vielfältige. Jetzt, wie du wieder kamst, habe ich gedacht, wenn es hier ein Wohnzimmer wäre, ich könnte es nicht leiden. Ich kann die nicht ausstehen, diese Sesselgarnituren und ich kann sie nicht leiden. Ich würde auch eingehen dabei, wo das nicht so ist, dass man nicht ein Möbelstück liebt, wenn es gut gemacht ist. Weißt du, oder sogar im Primitiven, diesen Hocker, den habe ich irgendwo, der war unter einem Hauseingang, stand dieser Hocker. Ich sage dir, dieser Hocker ist ein Körperteil von mir. Den führe ich dahin, den führe ich dahin, hier steige ich rauf. Das ist doch ein nettes kleines Ding, nicht? Guck mal. Und wenn ich ins Bad gehe, ist da drauf die Uhr, das Handtuch, der Bleistift und das Buch, die ich lese. So, jetzt habe ich dir direkt eine Teilumgebung gegeben. Das war doch nett von mir. Ich wollte dich eigentlich dazu verfügen, stur eine literarische Sache zu machen, wo du nur das Gesicht zur Verfügung hast und dann geht es um Text. Hier steht die Ulrike Dresner und da stehe ich und sie sagt, weißt du, ich schreibe jeden Tag einen Text fünf Minuten lang und ich sage zu ihr, oh, das könnte ich nicht. Da guckt sie mich an und sagt, weißt du, ich sage als Schriftstellerin, so und so lange Jahre bin ich schon am Schreiben, ich könnte nicht jeden Tag fünf Minuten etwas aufschreiben. Das geht natürlich darum, dass das jetzt frei aus dem Hirn springen soll. Wieso denn? Du hast etwas vor, du hast etwas irgendwie, hast du einen Ansatz, das willst du weiterentwickeln, aber wieso jeden Tag? So, da sagt sie, weißt du, wenn du da nicht weiter weißt, schreib das letzte Wort, bis die fünf Minuten um sind. Und das war der Grund, weswegen ich damit angefangen habe, weil diese Null-Euvert-Öffnung war eine Öffnung für mich. Verstehst du? So, dann, die Regel ist so, du schreibst oben drüber das Datum, du weißt kein Wort vorher und lässt etwas von deinem unteren Ich, ich habe das, glaube ich, unterschwellig, nicht unterschwellig. Es gibt etwas beim Impfen unter der Haut, umgedreht, das muss im Vorwort stehen. Dieses unter dem Bewusstsein lebende Ich sprechen lassen. Und dann nimmst du ein solches kleines Buch hier, nicht? Und du stoppst die fünf Minuten nur ein einziges Mal. Dann weißt du das und dann ist es ungefähr diese Länge, weißt du, so, siehst du, so. So, das ist schon im, das habe ich das letzte Jahr, das ist zwölf. So. Und dann, nachher habe ich sie also abgeschrieben im Computer. Dann kommt hier sowas und dann, weil jetzt geht es ins Technische. Was ich jetzt ergänze, während des Abschreibens, das ist überhaupt auch sehr wichtig, dass du, während du etwas tust, achtest auf deine Bemerkungen und nicht der Sache selber dienst. So kannst du mit deinen Tassen umgehen, die musst du abtrocknen und in den Schrank stellen. Aber mit dem, was du selber bringst, solltest du aufmerksamer sein, was ist denn noch, was reagiert gerade auf das, ne? Hier ist das auch einmal ein eiternder Ärger, kommt da, oder das Eitern in Fett. Und unten drunter steht, machen, es wäre schade. Siehst du dieses Swehr? Es wäre schade. Wie nennt man denn das? So eine Kumpelhaftigkeit zum eigenen Text, nicht? Es wäre schade, hör doch mal. Und dann habe ich den auch gemacht. Also was sie überhaupt, sie entdecken sehr, sehr viel, wenn die Leute das beginnen. Da wette ich, jeder. Du kannst ja eigentlich auch, das habe ich früher öfter gemacht, mit Kindern. Nimm drei, vier Kinder und sag, schreib mal zwölf Wörter auf. Du kriegst bei jedem Kind eine Charakteristik von ihm selbst. So. Und da ist dann oft schon eine ursprüngliche Kraft von Poesie. Wirklich Kraft. Auch da. Auch da. Wirklich Kraft. Auch da. Nein. Wirklich Kraft. Auch da. Und da ist dann auch sehr, sehr. Auch da. Wirklich. Wirklich. So. Und da. Untertitelung des ZDF, 2020